Musik Sie möchten finanziell frei und unabhängig sein? Möchten monatlich ein passives Zusatzeinkommen aufbauen? Sie möchten ihr Geld für sich arbeiten lassen, ohne dass sie sich aktiv darum kümmern müssen? Und sie möchten es dabei vor Inflation schützen? Dann haben wir etwas für sie. Doch von Anfang an. Wir werden immer älter. Als Individuen und als Gesellschaft. Dabei bleibt die Frage offen, wie wir damit umgehen. Wie entwickeln wir gemeinsam Lösungen, von denen alle profitieren? Für uns und für unsere Mitmenschen. Diese Gedanken beschäftigen das Familienunternehmen Pro Urban inzwischen seit knapp fünf Jahrzehnten. Schon früh ist das Thema Pflegebedürftigkeit in den Fokus gerückt. Aus diesem Grund plant und baut Pro Urban mit über 45-jähriger Expertise Immobilien, die dauerhafte Werte für die Gesellschaft schaffen. Als einer der Pioniere im Segment der Pflege, weiß das Team genau, worauf es hierbei ankommt. Und daran sollen nicht nur die künftigen Bewohner, sondern auch sie als Anleger teilhaben. Mit Pro Urban können sie ihr Vermögen aufbauen und anlegen. Und das nachhaltig und sozial. Die Unternehmensgruppe hatte sich zur Aufgabe gemacht, auch für Privatinvestoren Mehrwerte zu erschließen, indem ihnen eine Anlageklasse zugänglich gemacht wird, die zuvor oft nur Großanlegern vorbehalten war. Mit den Kapitalanlageimmobilien von PortfolioCare. Als Käufer erwerben sie eine grundbuchlich gesicherte Wohneinheit und können ihr Eigentum für eine Finanzierung beleihen, vererben oder veräußern. Eine echte und direkte Immobilien-Sachanlage also. Ihr neues Eigentum wird mit einem 20-jährigen Pachtvertrag an die Aloheim Seniorenresidenzen verpachtet. Einen der drei größten privaten Betreiber Deutschlands. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung in der Betreuung und Pflege ist der Betreiber ein wichtiger Eckpfeiler ihrer Investition. Ihr Pluspunkt? Im Gegensatz zu klassischen Immobilien müssen sie sich dabei um nichts kümmern. Weder um die Vermietung, noch um Renovierungen oder andere zeitaufwendige Herausforderungen. Und das bei planbaren und fest vereinbarten Pachteinnahmen. Doch neben dem Betreiber spielen auch die geografische Lage ihrer Immobilie und die pflegerische Nachfrage eine entscheidende Rolle. Eine ausreichende pflegerische Versorgung ist bereits heute in Deutschland schon Mangelware. Trotzdem gibt es Regionen, in denen der Bedarf aufgrund der Bevölkerungsstruktur noch deutlicher zu spüren ist. Dazu zählen vor allem die östlichen Regionen Deutschlands, in denen die Seniorenzentren schon mit langen Wartelisten arbeiten müssen. Und daher wählt Pro Urban die Standorte für die Pflegeimmobilien danach aus, wo die Nachfrage bereits heute und auch in Zukunft nachhaltig am höchsten ist. In Werdau, nur sieben Kilometer von Zwickau entfernt, entsteht unser neues Pflegeprojekt. Hier ist die Bevölkerungssituation besonders prekär, denn über ein Drittel der Bevölkerung ist bereits über 65 Jahre alt und damit potenzieller Bewerber eines Pflegeplatzes. Werdau. Hier stehen Urbanität und Erholung im Einklang. In unmittelbarer Nähe zu Nahversorgungseinrichtungen und dennoch unweit der Natur entsteht das Seniorenzentrum in der Mühlenstraße. Ein neues Zuhause für 116 Bewohner und damit auch 116 Möglichkeiten für Ihre finanzielle Vorsorge. Inzwischen sind Sie wieder fünf Minuten älter geworden. Doch nun wissen Sie, wie Sie Ihr Geld inflationsgeschützt und sozial anlegen und dabei noch für Ihre finanzielle Unabhängigkeit vorsorgen können. Mit Ihrem Portfolio Care Apartment von Pro Urban.